Bei der Herstellung industrieller Kunststoffprodukte kommt es auf Qualität und Effizienz an. Welchen Einfluss die verwendeten Maschinen darauf haben und welche technischen Finessen die guten von den besten unterscheiden, das lasse ich mir heute bei der Firma Arburg von Ralf Jehle erklären. Kommen Sie mit! Ralf Jehle arbeitet für Arburg als Enginärer in der Mechanical Construction Department. In diesem Video erklärt er den Verwendung einer planetarischen Roller-Skrew-Drive. Es ist eine geniöse Power-Transmission für elektrische Injection-Molding-Maschinen. Also Ralf, wozu braucht man einen Planetenrollen-Gewindetrieb? Dieses mechanische Bauteil sorgt dafür, dass die Drehbewegung des Motors in einer elektrischen Spritzgießmaschine in eine lineare Bewegung umgewandelt wird. Aha, und was ist die Schwierigkeit dabei? Es treten enorme Kräfte auf. Zum einen die Einspritzkraft, die die Kunststoffmasse ins Werkzeug bringt. Und zum anderen die Schließkraft, die das Werkzeug vorfährt und sicher geschlossen hält. Und genau das macht die von Ihnen entwickelte Technologie? Richtig. Unser System ist sehr, sehr zuverlässig, auch unter widrigen Bedingungen. Klingt kompliziert, ist aber schnell erklärt. Schauen Sie mal. Ja, okay. Elektrical engines like those applied within injection molding machines convert, simply said, electricity into a rotary movement. But, the closing unit as well as the injection unit of an injection molding machine require a linear or, in other words, back and forth displacement. For this purpose, Arbok developed and patented a planetary roller screwdriver. Like planets around the Sun, the roller drives are circulating around the spindle and convert the rotary into a back and forth movement. Due to the characteristics of the drive, those movements are very precise. Additionally, the planetary roller screwdriver is extremely robust, because it is constantly lubricated with filtered and cooled oil. Heat is kept under control by means of a liquid cooling system. The small footprint of the device turns out to be a true advantage. In combination with the high power transmission capabilities, Arbok talks about a measurable value, the power density. It is another expression for the reliability of the system, even under full power. Und das gibt es nur von Arbok? In dieser Form, ja. In puncto Leistungsdichte kenne ich zumindest nichts Besseres. Dann vielen, vielen Dank, Ralf Jehle. Und danke Ihnen auch fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!